Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Epic Trick Shots German. Ich werde jetzt gleich bzw. nachher einen fetten Trick Shots machen. Und zwar werde ich versuchen mit dieser Frisbee hier von der Seite des Hauses einmal über das Dach zu werfen, komplett rüber auf die andere Seite. In den Korb rein. Also entweder werde ich in den Korb werfen, da oben rein oder hier unten in den Behälter. Ich stelle mir nämlich extra zwei Ziele auf, weil das erstmal einfacher ist. Ich werde den Korb gleich da hinstellen, sodass das ein bisschen einfacher wird. Dann werde ich einfach versuchen da oben reinzuwerfen oder da unten. Ich glaube aber eher, dass ich da unten treffen werde, weil das größer ist. Mal schauen. Mal schauen. Also. Ja bitte, das Video geht jetzt gleich hier und direkt am Anschluss sehen. Ich mache hier nur einen kurzen Cut. Und dann mal schauen, was ich getroffen habe. Mal schauen, was ich gehandelt sei mir am occurring. Das war noch einmal sehr! Bis zum nächsten Mal.